Wie viele Klebestreifen benötigen wir, um eine 150 Kilo schwere Person an die Wand zu kleben? Ihr wisst es nicht? Wir auch nicht. Also probieren wir es aus. Let's go! Das Team ist bereit. Wir sind alle gespannt, wie viele Klebestreifen wir benötigen. Ich hole mal die Schätzungen von den Jungs ab. So, was sagt ihr, Emma? 200 Meter. Also es wird sich nicht ausgeben, meiner Meinung nach. Aber wir werden sehen. Wir werden ja sehen. Nur Gott weiß. Bereit. Ich habe, ehrlich gesagt, auch absolut keine Ahnung, wie viele Meter wir verwenden werden. Yo, Koslow! Alles gut. Wie fühlst du dich? Super, super, mein Burschen. Alles gut. Sehr gut. Bist du bereit dafür jetzt? Ja, ich freue mich auf die Schmerzen vom Tapes. Weil wir müssen ja die Tapes dann irgendwann unternehmen und er macht das Oberkörper frei. Ja, mal sehen, wie es wird. Ein zartes Burschen. Ich bin die Schere im Meister. So, so eng wie möglich. Genau, ne? Das mit der Wand reicht nur ein Wüschchen. Alles gut, Mann. Wolltest du mal Muskeln sehen? Ja, das mit den Wänden reicht bestimmt. Ich habe das Gefühl, das wird sich nicht ausführen zum Kleberstreifen. Für mich ist es nur zwei Dixor-Rollen. Das ist unsere letzte Aufforderung an euch. Entweder oder. Mach du, Arme hoch. Jetzt kannst du noch mal der Weg gehen. Ja, warum so tief laufen wie mich? Die Werbung ist weg. Zu kranker Shit-Männer. Oh, Shit. Zu, 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 zu. Alles zu, zu, zu. Geht schon. Vor der Weg sind wir. Erstmal. Warte mal. Fünstler hängen eine Banane an die Wand und kriegen Millionen. Wir hängen eine 150 Kilo Person an die Wand. Wo ist unser Geld? Wo ist unser Hack, Bruder? Was er nicht weiß, dass wir jetzt eine Pause einlegen werden. Und deshalb machen wir das für ein paar Minuten alleine dahin. Das weiß er aber noch nicht. Das ist unser Geheimnis. 31. Auf den Stuhl drauf lassen heute. Jetzt schlafen die Füße langsam. Richtig? Ja, ja. Okay. Ja. Da ist schon sehr viel Klebeschlafen drauf, aber das wird nicht halten. Wir müssen auf seine Arme, seine Füße. So. Die Arme sollten wir, glaub ich, lassen. Anstrengung, das wurde nicht zu Fehlkaufer. Also, keine Nutzung. Not für Kohl, morgens. Das muss man die Kamera zeigen. Krawitz. Wir haben eine Krawitz. Wir haben die Krawitz. Hier haben wir Krawitz. Ja, das ist der Grund. Das ist der Krawitz. Der Krawitz. Der Krawitz. Der Kühlschrank geht auf, nicht mit dem Kühlhaus gemacht. Wie lange dauert das? Schultern, Schultern. Und die letzte Rolle. Mach sie richtig stabil. Spannend, spannend. Ich bin ein Notarzt hier. Lassen Sie mich durch, ich bin ein Notarzt. Nein, was für ein Notarzt, ich bin mein eigener Arzt. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. In Wahrheit wollte er gar kein Video drehen und ich wollte das, weil normalerweise nicht dafür bezahlen und ich habe kein Geld zur Zeit. So bekommen ist gratis, weil da habe ich die Rollen nicht zahlen müssen. Auf entspannt. Auf entspannt. Wie viele Meter waren das jetzt insgesamt? Das waren jetzt 165 Meter. So, jetzt machen wir eine kurze Pause und Mario, bis... Ja, Pause. Wir haben gearbeitet, du chillst dabei. Ja, aber warum? Ja, trittst dich doch ab. Ich habe gedacht, wir machen den Stuhl weg. Was ist? Sie gehen? Airan! Ich habe nicht gesagt, du solltest gehen. Airan! Ja, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum ich eingelachen wurde. Ich weiß nicht warum. Es kann mir fehlen. Es geht was zu schauen da. Ihr habt Spaß, da lachen wir. Der dicke Österreicher an der Mauer. Das feilt euch. Aber mir auch, deswegen bin ich dabei. Ich bin bereit. Oh, hallo. Ah, assalamu alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Mario, bist du bereit? Ich bin bereit. Wir sind bereit. Wir geben jetzt die Sesse runter. Aber der fangt mich, wenn ich runter kann. Alle gehen einsam. Drei. Zwei. Eins. Eins. Hier wird es. Warte, warte, warte. Pass doch auf den Fuß auf. Häng, häng. Geht weg, geht weg! Marius Flügeln bekommst. Es waren 165 Meter Streifen. Es hat gehalten, aber es waren 2-3 Sekunden maximal. Wie hast du dich gefühlt? Wunderbar. Bleib mit dem Bauch und so. Ja, geht schon! Befrazin, befrazin! Das ist ein Mehrwert! Komm an! Ah, ist zu fest! Langsam, langsam, das ist schon sehr fest. Schnell oder langsam? Zieh mal das von den Händen runter. Hände tun nicht weh, zieh runter Hände. Ich hätte mir die Achsen rasieren sollen. Fahr, fahr, fahr! Zieh an! Ja! 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 Ja, Baby! Ja! 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 Einen hoeren Applaus! Freunde, danke fürs Zuschauen! Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren! Bis zum nächsten Mal!